Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge Teil 2 Minecraft Bow Bash mit mir, dem Max und dem Finn. Ich habe heute mal die Begrüßung gemacht. Begrüßung, grüßung, grüßung. Lol. Ach, du bist rot. Was? Ich kann nicht rot. Geh blau, geh blau. Ja gut. Geh blau. Oh nein, white ist er rot. Schnell! Ja gut. Und wir sind jetzt entweder ein Überzahl oder ein Unterzahl. Schladebällchen. Ja, voll geil, Junge. Wir sind ein Unterzahl, oder? Ne, wow, wir sind ein Überzahl, geil. Was scheiße da. Und ich habe wieder das Enderbow. Das Kit Enderbow oder das Enderbow Kit, wie man es auch will. Irgendwie sehe ich heute die ganze Zeit wieder, welche die, ähm, ich schon mal hatte heute Morgen in einem Team. Ähm, Tichaki hatte ich schon. Und zu Weedcraft hatte ich schon. Aber in meinem Team. Soll ich mal Color Bomb werfen, Juni? Oh, ha, ha. Color Bomb. Oh, ha, ha, ha. Lol. Ey. Öl. Hallo. Bro, Jugend machten Abgang. Tschüss. geil so geil haben wir ja voll geil haben nein das ist scheiße sagst du das tänz im jump ich habe schon sechs kills jungen ich gehe voll ab nein fps jetzt kann nicht dann warte ich will hier würde ich sagen bis meine fs wieder den kopf ausschalten sprung sprung ok jetzt wieder zum normalen teil der aufnahme der normal jawohl der ist vor mir runtergefallen haja ich bleibe mit ein punkt erhalten 30 punkte auf zehn punkte erhalten also ich habe ungefähr 50 punkte erhalten für eine runde ich habe 30 weil ich bin ich hatte 47 kills habe ich um 47 punkte habe ich für die runde erhalten neustart wieder white out das war lustig und beginnungs gegner team dünner teller von vorhin stößt mich noch voll auf mein erster dünner teller beim ganzen leben nicht gegessen haben der war richtig eklig ich wollte es mal probieren normal ist immer pizza tunfisch oder pizza salami aber dünner teller ging auch aber irgendwie stößt er mich ganz schön auf wie viele fps 10 fps der beschwerte sich vorhin er hätte nur 60 fps das ist meine maximale fs die ich überhaupt kriegen kann mit dem pc dieser schrottkarre da was bin ich jetzt eigentlich okay ich muss blau abschießen und erfüllen da schon hart als er macht doch jungen die hat 55 was hast du sbs 55 gerade durchschnitt ja gerade auch und ich habe 70 das ist ja gar nicht hat mir noch nie über 60 lol geil ich habe 70 gehabt geil was ist los alter hat man schrottkarre sich repariert irgendwie 8 kleine maxi der will was machen kannst ja wer kann hier was knicken du kannst das knicken also meine linders wo haben wir geil und ich freue mich voll dass ich gerade mal über kommen kleiner applaus was willst du echt mit mir und das bist du gar nicht ein kleiner burb nein vorerst wirst du gewesen dieser von euch bist du denn das steht doch gar nichts mehr von euch im chat jetzt aber scheiße oder sagt gerannt also du hast jetzt ein anderes gehen und frage wieder mich auf wieder mich nicht runter kriegt alle jungen habe ich treffe dich nicht endlich nottags jetzt kommen die bitte aber hart hier kleine mann von euch wir haben gewonnen ich habe zwei ich habe zwei kills haben wir geile ich habe ein wie vieler bist du gestorben einmal ich bin zweimal gestorben ein kill und einmal gestorben der kd wie ist die ich habe noch zwei schon was deine kd keine ahnung wer steht doch da wo denn ja da über wo die kids sind davor meiner ist 1.0 was hat das das durchschnitt so noten wird ich bin auch hier schon draußen stehen wir noch da ja klar wenn du thema machst t ach jetzt nicht mehr scheiße was kd über player wer ist player of the match geworden da drei vier fünf dinge oben trübe ich will pyramide da stecken wie kraft da wurde von blablabla getötet ja weiter unten worte und zu spät auch man ich hasse battle bowl ich mag das ich das voll assi wenn es geil ihr seid ein unterzahl das ist geil sind wir besser also wir haben es auch guten team lol da waren durchsichtige blöcke ja meine fps geht wieder scheiße man kaka welcher team sollte da gut sein von euch dieser super äh ne dieser dieser ich weiß es nicht dieser super kai der ist gut das ist super der super kai der ist super der super typi jetzt haben wir ein haier was hast du für ein problem du kriegst mich nie runter scheiße ich treff dich aber auch nicht ja sagt bauer ist ich habe den noch gekillt jetzt geht doch mal runter mann jetzt ist er weg jetzt ist er weg aber nicht von dir trotzdem ist er weg alter das ist ja mies ich habe meinen linner ganz unten gesetzt und dann hat er nicht mal reagiert und er ist weg also da müssen wir verarschen das ist ja mal voll fies ja du bist jetzt zuerst und wo bist du überhaupt tja ich belebe noch du bist da unten oder was irgendwo unten müsst ihr gleich wechseln weil ich dich runter schießt das muss ich finden ich glaube jetzt ist du gar nicht mal unten bist da ist er doch ist er habe ich doch gesagt das ist jetzt drin ich habe keinen bock noch mal aufzunehmen das ist scheißegal das ist scheißegal Junge jetzt geht doch mal einer dran da unten Moment mal okay bin wieder da der hat aufgelegt soll ich hier mal probieren irgendwie in das war nein wir sind gerade noch in der aufnahme ach ja und denkst du ich nenne die boberchen spiel ich ja ehro oder was ja dumm da komme ich eh nicht mehr rein oder oder das ist ja gar nichts so was ganz ein anderes bohr Junge jetzt geht er drauf man drauf ja nein ja okay dann würde ich sagen ist auch schon lange genug jetzt fast zwölf minuten oh lol ich bin drauf bist du nicht drauf nein okay ich würde sagen dann beende ich die aufnahme und ich würde sagen mir hat Spaß gemacht ich hoffe euch auch und bis dahin ciao ciao adios amigos äh lol jetzt habe ich den falschen scheiße okay ciao adios amigos adios amigos adios amigos